Hallo zusammen! Heute schauen wir uns an, wie man Terme vereinfacht. Das kommt ja wirklich immer wieder vor in allen möglichen Varianten, deswegen ist das so ein Video von klein bis groß. Und wir schauen uns das Ganze an, was wir bei Plus und Minus machen dürfen, dann danach, was wir bei Mal und Geteilt machen dürfen und was nicht. Okay, starten wir mit 3x plus 4x. Da ist es so, jetzt sind wir hier bei einem Plus zwischen diesen beiden Termen. Die darf man immer nur zusammenrechnen, wenn die Teile, die die Buchstaben beinhalten, wenn die gleich heißen. Also hier heißt es hier jetzt x, das hier ist auch x. Das heißt, sie gehören zur gleichen Familie, so sagen das auch manche Leute, und die darf man dann zusammenrechnen. Drei Stück von den x hier vorne und vier Stück von den x hier hinten sind insgesamt sieben von dieser Familie x, sozusagen. Genau, das darf man. Im nächsten Schritt sehen wir 3x plus 4y. Jetzt heißen diese Familien nicht mehr gleich. Hier haben wir Familie x, hier haben wir Familie y und man kann die nicht zusammenrechnen. Also ihr könnt hier genau gar nichts sonst weitermachen. Also ihr müsst da nicht hinschreiben, dass es nicht geht, aber da kann man wirklich nichts machen. Das Einzige, was ihr hinschreiben könnt, ist das gleiche Ding. Einfach nochmal. Bringt nichts, aber da geht sonst gar nichts. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal Minus. Das ist genau dasselbe Prinzip. Da ändert sich von der Art und Weise gar nichts. Wir müssen immer schauen, heißen diese Buchstaben, dieser Buchstabensalat heißt der gleich. Also hier ist es x², hier ist es auch x², dann darf man die bei Plus und Minus zusammenrechnen. Sieben von diesen Dingern haben wir hier vorne. Wir ziehen zwei von diesen Dingern ab. Das heißt sieben minus zwei, das sind fünf. Wir haben noch fünf von diesen Dingern. Und diese Dinger schreibt ihr einfach genau so hinten dran nochmal hin. Das sind die x². Also an den Sachen dürft ihr gar nichts verändern, wenn ihr Plus oder Minus rechnet. Und hier haben wir jetzt auch nochmal so eine gemischte Sache. Wir sollen Plus rechnen, müssen immer gucken, heißen die beiden Familien denn gleich. Hier haben wir aber x², hier haben wir x hoch 4. Das ist ein Unterschied. Also auch wenn da nur x drin sind, aber hier ist es halt x², hier ist es x hoch 4. Das sind unterschiedliche Sachen, die dürft ihr nicht zusammenrechnen. Also da geht wirklich gar nichts. Und hier unten jetzt nochmal so ein extremes Beispiel. Die Sachen sehen einfach nur schlimm aus, aber von dem, was man machen darf, gilt das wie die ganze Zeit hier oben auch schon. Wenn die Sachen gleich heißen, alles, was mit den Buchstaben zu tun hat, muss gleich heißen, also x hoch 100, x hoch 100, dann dürft ihr die Sachen zusammenrechnen. Das wären dann zwei von den Teilen plus fünf von den Teilen plus drei von den Teilen sind insgesamt zehn von diesen Teilen. Und diese Teile hießen halt eben x hoch 100. Ab und zu sehen die Sachen nicht auf den ersten Blick gleich aus. Zum Beispiel kann man ja auch so eine Aufgabe haben. Das soll jetzt heißen 7xy plus 3yx. Da denkt man im ersten Moment vielleicht auch, oh, die heißen ja gar nicht gleich. Aber ihr dürft die natürlich vertauschen. Also sobald die mit einem Mal verbunden sind, dürft ihr die Reihenfolge davon ja ändern, wie ihr möchtet. Also ihr könnt hier 7xy lassen und hier hinten 3xy draus machen. Ihr könnt die einfach vertauschen und dann habt ihr auch wieder dasselbe. Also es muss immer nur dieselbe Anzahl an Buchstaben da sein, damit das Ding gleich heißt. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass die schon auch vertauscht sein können oder vielleicht noch nicht richtig zusammengerechnet sein können. Da geht oft mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Genau, das ist alles, was ihr mit Plus und Minus machen dürft. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu Mal. Bei Mal ist es so, dass sich jetzt tatsächlich diese x-Anzahl ändert. Also wir haben hier x mal x. Wir müssen immer uns überlegen, was heißt denn eigentlich so ein x? Das hat die Potenz 1. Also wenn da ja keine Zahl mehr steht, dann steht da x hoch 1 und hier steht auch x hoch 1. Und wenn die gleich heißen, also das x gleich ist, dann darf man diese Sachen bei Mal zusammenrechnen und die Hochzahl ändert sich dann. Nämlich diese Hochzahlen, die da vorher standen, die werden zusammengerechnet. Also man hat dann 1 plus 1. Und kein Mensch schreibt das so hin. Man rechnet das dann schon noch zusammen. 1 plus 1 sind ja 2. Und dann rechnet man x Quadrat daraus. Also wenn die Basis gleich ist, nennt sich das. Also hier ein x steht und hier ein x steht. Dann darf man die bei Mal zusammenrechnen. Vorne dran ändert sich nichts. Also da kommt jetzt nicht eine 2 irgendwie hin oder so, sondern die Hochzahlen ändern sich. Das können wir jetzt hier gerade mal überprüfen, ob wir das verstanden haben. Die Basis heißt hier x. Also der Buchstabe ist derselbe sozusagen. Nur die Hochzahlen sind unterschiedlich und die werden miteinander multipliziert. Das bedeutet, wir können die zusammenfassen. Die Basis, also dieser Buchstabe, bleibt derselbe. Aber die Hochzahl ändert sich. Also die Hochzahlen werden addiert, zusammengerechnet. Und aus den beiden einzelnen Teilen wird ein x hoch 7. Das hier jetzt im Extremfall sozusagen hier unten. Da sind jetzt noch Zahlen dazwischen, die zwischen diesen x stehen. Es ist immer so, dass ihr die Zahlen am besten sortiert, dass ihr die Zahlen zusammen habt. Also diese 3 mal 4. Das könnt ihr ruhig rumdrehen und euch das so sortieren, wie das für euch passend ist. Und dann alle x hinten dran schreibt, so wie sie da standen. Und dann werden einfach alle Zahlen zusammengerechnet, so wie ihr das kennt. 3 mal 4 sind 12. Und bei den x, wie gesagt, die heißen ja gleich, die Buchstaben sind dieselben. Dann dürft ihr das bei einem Mal zusammenfassen und die Hochzahlen werden addiert. Das heißt, da steht dann 2 plus 7 in der Hochzahl und das sind dann x hoch 9. Also sortiert euch die Sachen so, wie ihr sie braucht. Und die Hochzahlen werden dann immer addiert, wenn diese einzelnen Buchstaben miteinander multipliziert werden. Ist immer ein bisschen blöd, dass man das so auseinanderhalten muss. Aber man gefällt sich dran. Und hier unten haben wir jetzt auch wieder ein wildes Durcheinander. Deswegen sortieren wir erstmal alle Zahlen. Das wären 2, 3 und 5. Und dann die Buchstaben. Hier haben wir ein x, y und x hoch 4. Auch da die Zahlen berechnen wir. 2 mal 3 mal 5. 2 mal 3 sind 6, mal 5 sind dann 30. Und hier mit den Buchstaben. Da müsst ihr jetzt aufpassen. Ich habe ja gesagt, man darf die nur zusammenfassen, wenn die gleich heißen. Deswegen sortiert man sich am besten auch die Buchstaben so, wie sie heißen. Also das x und das x hoch 4 würde ich mal zusammen hinschreiben. Und danach erst das y. Ihr dürft die sortieren, wie ihr wollt. Und dann fasst man nämlich das x und das x hoch 4 zusammen. Was haben wir gelernt? Wenn die gleich heißen, wenn der Buchstabe derselbe ist, dürfen wir die zusammenfassen. Und die Hochzahlen werden addiert. Also das x bleibt stehen und wir haben dort ein 1 plus 4. Das sind 5. Und mit dem y können wir gar nichts weitermachen. Das schreibt man einfach hinten dran. Also man darf die Sachen nur zusammenfassen, wenn das derselbe Buchstabe ist. Ansonsten bleibt der Buchstabe einzeln so stehen. Genau, das waren die Sachen für mal, so grob. Vielleicht stolpert ihr noch über Aufgaben, die ich jetzt hier nicht abgedeckt habe. Dann schreibt es ruhig gerne in die Kommentare rein. Dann mache ich noch ein anderes Video dazu. Und bei durch ist es jetzt so, da müssen die Buchstaben auch gleich heißen, damit man damit überhaupt was machen darf. Aber die Hochzahlen werden nicht addiert, also nicht plus gerechnet, sondern wenn man das Ganze hier durchrechnet, dann werden die Hochzahlen voneinander abgezogen. Also die, die vorne stand, die Hochzahl, minus die, die hinten stand. Und dann hat man ein x hoch 5 insgesamt. Wichtig dabei ist, diese Buchstaben müssen wirklich gleich heißen. Wenn hier jetzt ein y gestanden hätte, hättet ihr gar nichts machen können. Ein durch ist ja nichts anderes als ein Bruch. Also hier oben hätte genauso gut x hoch 7 durch x Quadrat stehen können. Das ist genau dasselbe, genau dieselbe Aufgabe. Deswegen lasst euch nicht irritieren, wenn hier plötzlich ein Bruch kommt. Die Rechenregel ist trotzdem das mit dem Minus. Die Buchstaben müssen gleich heißen. Oben haben wir ein x hoch 5, unten haben wir ein x. Und die Hochzahlen werden voneinander abgezogen. Immer daran denken, wenn da nichts steht, steht da eine 1. Und wir hätten x hoch 5 und x hoch 1. Und die Hochzahlen werden abgezogen. Das heißt, die Zahlen vorne lassen wir auch am besten einfach so stehen. Und hinten haben wir x hoch 5 minus 1. Also wenn wir das ausrechnen, haben wir ein x hoch 4. Da stehen. Wo ihr dieses x hoch 4 jetzt hinschreibt, ist schon wichtig. Vielleicht irritiert euch das jetzt, dass ich das einfach so hinten dran geschrieben habe. Ihr könnt es auch einfach oben hinschreiben, wenn euch das lieber sein sollte. Also dass ihr sagt, ich lasse das Ganze einfach oben mit dem x und unten kommt nur noch meine 2 hin. Das x darf aber nicht unten stehen. Also das ist wichtig. Ihr könnt es oben hinschreiben oder hinter den Bruch mit den Zahlen. Und hier unten jetzt nochmal eine Mörderaufgabe, die das Ganze zusammenfasst. Auch hier würde ich zuerst die Zahlen sortieren vielleicht oder kürzen. Ich weiß aber noch nicht, ob ihr so weit seid, dass ihr kürzen könnt. Deswegen gehen wir hier die ganz normalen Rechenregeln erstmal durch und sortieren ein bisschen um. Oben bringen wir mal die Zahlen zusammen. Zwölf mal 3. Danach das x hoch 4 und danach das y Quadrat. Und hier unten, gut, da gibt es nichts zum Sortieren. Da schreibe ich nur das Ganze ein bisschen auseinander, damit die Zahlen hier untereinander stehen. Und die x untereinander und die y untereinander. Genau, und jetzt wird gerechnet sozusagen. Zwölf mal 3 sind ja 36. Unten bleibt immer noch die 3. Also ihr könnt da gerne drei einzelne Brüche draus machen, wenn ihr möchtet, die mit einem Mal verbunden sind. Alle Zahlen auf einen Bruch sozusagen. Alle x auf einen Bruch und alle y auf einen. Ihr dürft das, das ist alles mit einem Mal verbunden. Das dürft ihr so auch mit einem Mal auseinanderziehen. Und dann wird jetzt eigentlich nur noch gerechnet. 36 durch 3 sind 12. Dann haben wir hier, wir haben ja gelernt, wenn die Buchstaben gleich heißen, werden die Hochzahlen voneinander abgezogen. Wir haben x hoch 4 minus 1 von da unten. Da haben wir nur noch x hoch 3. Und hier haben wir y zum Quadrat und hier unten y hoch 1. Das heißt, das y bleibt stehen und die Hochzahlen werden voneinander abgezogen. 2 minus 1 ist 1. Und das ist dann euer Ergebnis. Da gibt es jetzt nichts mehr, was ihr zusammenfassen könnt, weil wir sind ja hier bei Mal. Wir haben alle Zahlen zusammengerechnet. Die x sind alle zusammen, kompakt in einem und die y auch. Also da ist jetzt nichts mehr sonst machbar. Ich hoffe, ich habe möglichst viele Fälle abgedeckt von all dem, was so auf euch zukommt. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Videos machen, weil ihr habt bestimmt auch Klammerrechnungen und alles mögliche. Noch negative Zahlen. Da kommt echt ein Haufen Zeug in die Terme rein. Und da versuche ich so viel wie möglich für euch abzudecken. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut!